Das ist ein Lied, an ihr cylinder, and it's so supposed to share, it's ok, to slam let's fall, oh, das Licht, that you know, if you want to meet, and you're ready to meet. Guck mal, wenn ich jetzt bereit bin, dann häng ich hier fest, weißt du was, da kommst du nicht mehr raus, da klemmst du fest, da musst du, da musst du dich immer mit Flex holen. Guck mal, ich häng hier fest, hilf, Mama, wie soll ich jemals wieder rauskommen, kannst du mir nicht helfen, nee, ne, schade. Ja, beide Hände voll. Warte, wenn ich jetzt lachen, dann krieg ich hier, Moment, von unten helf ich. Dann trete ich aber nach, dann habe ich mir gerade eine große Art Idee, aber, wenn ihr das Bleck nicht, das einzige Grüne, das habe ich seit 30 Jahren, das war von, wie heißt der nochmal, der Ring of Fire, äh. Johnny Keck. Ja, ja, das hat er mir mal, äh, geliehen. Ich weiß nicht, wie, ehrlich gesagt, ich glaube, ihr habt einen Fehler gemacht, aber ich halte das mal fest. Jetzt guck da nicht hin, an die nackten Stellen. Ähm, ah, ich komm, vielleicht nicht raus. Aber ich glaube, du musst, ja, du musst, was, ah, boah, es tut aber auch ein bisschen weh. Vielleicht, vielleicht sollte ich, äh, oder soll ich auch klettern nach oben ziehen? Hör mal, äh, zieh aber nicht hin, an die nackten Stellen. Scheiße, was ist das denn? Das kann nicht wahr sein. Du musst jetzt schon mal, äh, hör mal, äh, Assi, kannst du mal eben ein bisschen helfen? Es wird langsam, ich bin müde. Ich bin so müde. Aber was du klettern musst, ich mich hier ab? Nee, komm sich jetzt auf, ey. Ich schläft einfach. Ja, genau, in der Hand. In der Hand. Und jetzt ist es nicht. Aber ich, Junge, ich muss einfach. Oder lass dich nach unten fallen, ich lege das Handy auf den Boden. Nee, ist nicht. Nee, unten, das bringt was. Wieso, ich kann dich ja an den Arm nehmen. Du kannst zumal die Kameraführung nehmen. Nee, du brauchst dich jetzt auch nicht mehr fers. Das drückste Problem war einfach, dass ich die Kamerahand leider nicht frei hatte, aber das habe ich nicht gemerkt. Jetzt hast du dich selbst befreit. Yes. Bitte. Und ich glaube, eben habe ich mich unvorsichtigerweise auch noch selber festgehalten. Hör mal.